Ich war heute auf der Halfpipe und habe ein paar Zuschauer kennengelernt. Erst haben wir ein paar Fotos gemacht und dann habe ich Sarah einen Flickflack beibringen wollen. Da das meistens aber nicht beim ersten Tag klappt, habe ich ihr einfach ein paar Vorübungen gezeigt und es mit ihr durchgezogen. Und dann kam einfach irgendwoher meine Mutter angefahren. Was ist das für eine Jacke?